Ohne Cam heute. Ja ich habe gerade keinen Nerv auf Cam. Deshalb machen wir heute mal ohne und hier geht mir gerade die Energie aus und das heißt auch dass hier gleich in der Basis die Energie ausgeht denn ich habe unten den Batterieraum abgeklemmt damit sich die jetzt einmal entladen wir holen uns gleich die Solarmodule rüber dann ist der Bereich hier dann kann ich nämlich den ganzen Rest hier auch abbauen dann ist der Bereich hier eigentlich tot für mich dann brauche ich hier nichts mehr machen dann bin ich hier weg so also den abbauen und der kommt direkt in den Recycler wenn ich noch mal einen kleinen Akku brauche dann baue ich ihn mir oder die nehmen wir so viel Platz weg soll ich die einlagern? Ah komm ich lagere sie ein. Aber den ganzen Mist hier den 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 reißen war im Grunde ab jetzt ist ja auch kein Saft mehr drauf also auch auf den Pflanzen hier ist nichts mehr drauf kein Strom kein gar nichts jetzt noch zwei Potatoes die werden können aber das ist auch vollkommen irrelevant ich habe Saatgut genug und ich habe hier auch gesammelt ich muss hier noch mal Energie reinbringen ganz schlecht ich kann aber mit einer APC Energie reinbringen um wenigstens einmal hier den Spaß zu betreiben achso anschließen sollte man es auch ja so und dann machen wir einmal ein paar Potatoes das ist natürlich blöd wir haben jetzt echt ich reiße das nicht alles ab das sehe ich überhaupt nicht ein hier jetzt alles abzureißen ähm ne wir reißen das nicht ab wir ähm lassen das alles schön so wie es ist wo kriegt der den Strom? Ach der kriegt den Strom ja von hier ne ja das ist natürlich intelligent ähm ähm wird ja aber wo reichen also ah ich will natürlich jetzt das ganze Sojaöl was ich hier habe nicht verlieren verlieren und ich werde nicht genügend Potatoes haben aktuell um das zu erhalten kurz gesagt weiß das ich muss hier anderweitig Strom reinbringen also sprich irgendwie von hier ich reiße einfach hier den Kram weg den brauche ich nicht mehr so einmal den weg und wir schneiden da das Kabel durch so den Rest brauche ich ein andermal weg und dann ziehen wir hier jetzt eine Leitung einfach quer rüber ist jetzt vollkommen irrelevant ob das cool oder schick oder irgendwas ist das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht die legen wir jetzt einfach vorne hin wo bemerkt wir haben in der Basis immer noch gar keinen Strom ähm so hier sollten wir jetzt noch einmal kurz so machen so so und jetzt kann ich im Grunde genommen ziehe ich mir hier jetzt einfach eine Leitung lang vollkommen egal das kann weg so den schrauben wir auch ab so dann kann ich den hier dann kann ich den hier mal entlang bringen so so und jetzt hier rüber dann holen wir uns den trago von hier schließen den einmal an 5kw das können wir auch rausnehmen brauchen wir nicht mehr den akku können wir uns irgendwo hinlegen als andenken oder sowas keine ahnung dann schließen unten jetzt eben an dass wir in der basis wieder energie haben weil ohne strom nicht doof 13 kw der erzeugt hier nichts mehr also haben jetzt gerade keinerlei energie produktion also auch durch den hier nicht wir müssen jetzt wirklich zusehen dass wir ja den strom irgendwie dran bekommen dahinter ist was ich habe echt ein bisschen panik gehabt dass dahinter nichts ist toll da habe ich natürlich jetzt nichts für ne schmeißen wir da mal hin dann nehmen wir unsere hübsche crowbar und legen uns jetzt die leitung hier unten lang die liegt ja sowieso schon so schick hier an der stelle können wir sie jetzt hier lang legen ich bin ja immer so ein freund von versteckten kabeln ich mag das ja nicht wenn die so sichtbar sind wobei ich ganz ehrlich bin jeder der so industrial look mäßig baut wo die leitungen alle irgendwo offen liegen so querbeet so richtig schön brain fuck durcheinander so ey mega geil ich feier das total ich krieg's nicht hin ich kann das irgendwie nicht vernünftig ich würde das echt gerne aber ich krieg das nicht so hin den schließen wir komplett ab jetzt gerade das hat auch seinen grund jetzt nehmen wir uns unser orange wir haben hier unser grün den brauchen wir auf der linie und hier kriegen wir unser orange hin ja das ziehe ich jetzt auch bis nach oben durch weil ich dann ich verlege einfach alle kabel äh nicht runterfallen und das einmal so und dann geht es hier lang wird jetzt hier angeschlossen und eigentlich müsste hier dran jetzt strom fließen aber tut es nicht weil ich es nicht angeschlossen habe so jetzt aber und jetzt kann ich den da dran hängen und sehen dass ich gerade 1,6 kW rauskriege richtig viel den spaß nehmen wir weg den brauchen wir nicht hier ist kein orange so also orange liegt jetzt kommt grün dran ich freue mich dass er jetzt alles anzuschließen grün weiß und orange weil ja auch irgendwie jetzt demnächst ein sturm kommen müsste und dann sollen die akkus richtig schön mit dem sturm auch voll gemacht werden können das freut mich dann sehr wenn das so funktioniert so am so 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 dann geht es weiter okay wir wissen jetzt nicht wie viel da jetzt rüber geht aber wir hoffen einfach dass es funktioniert das gleiche machen wir jetzt mit weiß also auch einmal hier entlang so und dann hier lang und hier runter so alle angeschlossen viele kabel verballert verprasst ja ich wüsste jetzt natürlich gerne wie viel auf jedem läuft 900 9 kW gehen weg auf dem gehen geht 1 kW rein hier auch 800 noch was sind wir bei 2 kW wir kriegen ungefähr 3 kW rein aktuell es ist natürlich jetzt nicht die welt aber gut wir können mit dem hier haben den ja auch es ist ein bisschen was wir müssten jetzt zusehen dass wir hier ist ja sogar noch eine meine güte ich finde jetzt auf ganz viele jetzt geht die energie gerade komplett im keller aber dafür sind die akkus ja da dann ich bräuchte drei travos noch die werde ich hier zwischen klemmen aber erstmal soll es so hier in ordnung sein und funktionieren dann gehen wir jetzt erstmal zurück ich will nochmal gucken habe ich hier schon ein ja habe ich ein sensor habe ich da schon dran dann kümmern wir uns jetzt erstmal um solar hier nehme ich auch nochmal und die schmeißen war nicht einfach hin die packen weg so und so und da haben wir noch mal Eisen-Sheets machen wir auch noch da hin machen wir das noch und das und das hier ja dann gehen wir mal raus und zocken da die ne Sturm wir gehen mal gucken was wir erzeugen da bin ich jetzt gespannt da haben wir jetzt richtig 90 kW 40 kW und hier auch ne ja 40 kW also wir erzeugen jetzt gerade 170 kW und ballern die Akkus voll geil das gefällt mir heißt jetzt natürlich auch wir gehen nicht raus das ist natürlich gerade taktisch problematisch aber gut wir können dennoch so paar sachen weitermachen eine sache die ich gerne machen möchte ist ich möchte hier ich finde das nämlich doof mit der treppe hier runter treppe darunter und ich kann das nicht ganz genau zu machen ich möchte gerne hier das runter setzen einen block mache hier den block frei also den da diesen hier nicht den hier lasse ich hier eine treppe runter laufen die dann hier endet und dann kann ich in dem Bereich oder in dem Bereich entsprechend raus und mache da dann auch eine Luftschleuse hin eine von meinen Luftschleusen fände ich persönlich cooler diese hier wird wahrscheinlich auf Dauer verschwinden mir gefällt die nicht so sehr so die Position und so irgendwie finde ich es doch blöd ähm muss ich mir was anderes überlegen habe schon überlegt ob es sinnvoll ist dass wir vielleicht hier eine Luftschleuse hinbauen so mittendrin so hier eine Luftschleuse rein einfach war aber nur so ne Überlegung also das hat noch nichts zu sagen es war einfach nur so ein Gedankengang ich bin mir noch nicht sicher aber da finde ich sie doof definitiv also nach hinten raus geht vielleicht mal eine dass wir hier vielleicht eine hin machen also da oder so ähm das muss man halt noch mal schauen hier haben wir Liquid in der Pipe aber ganz ganz gering sind alles schön rausgeholt auch hier sieht gut aus hier ebenfalls schon ordentlich ja ja das ist jetzt die Frage was können wir erstmal machen wir könnten erstmal da drüben abbauen also ich könnte jetzt warten dass wir die Solarpaneele abbauen oder wir bauen einfach hier drüben schon mal weiter ab dass wir hier heute mal so ein bisschen Abreißkommando machen damit dieser Part hier verschwindet weil das soll er ja definitiv beginnen wir mit den großen Kabeln können wir uns hier auch noch Licht an machen die haben jetzt hier für uns keinerlei Bewandtnis mehr also alles weg die sind raus haben wir auch unsere Farben aufgefüllt ähm hier geht ja noch einer rein glaube ich ja äh der geht hier zum Licht hin aber dann kommt das halt auch weg so auch das weg wo geht das hin ach das geht zu dem aber auch das hier kommt alles weg Wasser ist auf jeden Fall eine Sache die müssen wir äh angehen jetzt sehr sehr zeitnah dass wir woanders Wasser holen können und ich möchte nicht unbedingt hinten zum ähm zur Wasserfiltration laufen also das möchte ich definitiv vermeiden ähm den müssen wir auf jeden Fall nochmal anschließen hier das soll ja gekühlt bleiben so gut es geht so ähm das haben wir das haben wir hier war noch einen davon das bleibt auch alles soweit gut dann können wir das hier abbauen und wir können auch Angle Grinder den wegnehmen und jetzt eine Ranch ist das auch weg hier ist nichts mehr drin den können wir also auch abbauen theoretisch zumindest aber will ich noch nicht wir haben 13 potatoes 25 Milliliter Öl äh ich möchte auf jeden Fall das noch raus pressen das heißt wir werden auf jeden Fall noch mehr potatoes äh anpflanzen müssen das Öl sehe ich jetzt gar nicht als Problem das stellen wir einfach her und die 6 Milliliter Öl hier die schmeißen wir einfach in die neue Maschine dann hier ist noch Eisen drin was man damit drauf hier haben wir auch noch so einiges drin Biomasse Silizium oh noch ein Reagenzmix interessant noch einer auch interessant warum zwei Reagentmixe da weiß gar nicht was da eigentlich mit Sache ist ne dann ist das jetzt Müll für mich ganz ehrlich äh schmeiß ich mal alles hier so in meinen auch geht sogar da rein mein Mining Belt dann ist es verstaut äh 25 Dosen herstellen eine Option dann können wir hier ja ist auch wieder eine ganz besondere Kacke und ein Hand Trill ich sag's mal so ich komme mal mit neuen soll ich sagen mit neuen äh Kartons wieder Retourenkartons ähm schmeißen wir hier alles einfach auf einen Berg dann nehmen wir uns jetzt einfach ganz viele Kartons mit die wir der Reihe nach mit Material füllen bis der Raum dort leer ist und hier gehen wir einfach bei Empty Can und ja das meine ich ernst 25 Stück mach mal so so wieder zurück gelatscht machen wir einen Karton auf schmeißen da Sachen rein machen machen wir den da wieder zu gut das kann ich auch nicht mehr gebrauchen hier so so abbauen und verstauen habe ich jetzt ernsthaft hier mein wow äh dann einmal den abbauen so auch den können wir abbauen da fehlt jetzt Engelgrinder Wirecutter und nochmal Engelgrinder und nochmal Engelgrinder und der Wrench ist aber das Ding auch los den Computer brauchen wir auch nicht mehr das kann ich mit dem Schraubendreher ne ja und dann einem Handrail also den auch einpacken das bleibt das bleibt das bleibt der kann einem ausspucken was er hat und danach geht er ebenfalls hier rein der kann die letzten 20 hier noch machen und dann bauen wir hier auch ab passt gut weil ich habe nämlich noch einen in der Kiste äh der hier kommt weg der hier kommt weg das brauchen wir noch das packen wir ein wählen noch welche so 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 und eigentlich für den ist es jetzt eine Crowbar auch auch witzig äh wow schneller voll als du gucken kannst ne also auch der hier hatte ich da nicht einen hier ja so jetzt können wir rein theoretisch fast rausgehen und dort weitermachen da gibt es auch noch so einiges abzubauen aber hier haben wir jetzt das meiste denke ich also hier natürlich klar ist auch noch so einiges vor allem diesen ganzen Kram hier da ist aber auch einiges außerhalb dann haben wir noch Active Vans die haben wir dort mhm so ein Kärbische dann haben wir nochmal Sensor und hier auch ein Sensor da haben wir glaube ich jetzt keine bisher dann haben wir noch Kabel ohne Ende erstmal alle abschneiden hier ja eine Aufräumfolge aber muss auch mal sein sehr langweilig wenn ich immer nur baue ne ähm so damit sind meine Lager hier voll also düsen wir mal los und laden den Kram ab dann komm mit leeren Lagern wieder und ja mit abladen meine ich ich wäre es einfach hier hin so 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 hier ist leer da ist noch was so essen 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 da haben wir eine aber ganz viele dosen hier immer sogar zu viele dosen 26 so viel wollte ich doch gar nicht aber das meine ich ernst eine muss hier bleiben ansonsten funktioniert das nicht weil 25 kartoffeln 25 öl und 25 von den kännchen hier nicht 26 nicht 24 sondern 25 jetzt geht das nur die kartoffeln die wachsen hier vor sich hin so das tablet kommt mit dann heißt es einmal raus würde ich sagen einmal trinken und dann raus dann bauen wir draußen als erstes die solaranlage die folge machen wir länger weil wir die solaranlage aufbauen ganz einfach wieso was ist los irgendwas offline warum war das ding offline ok sturm hatten wir gerade erst also müssen uns jetzt momentan keine sorgen machen dass wir hier noch einen sturm bekommen ich kann also in ruhe den kram hier abbauen und drüben wieder aufbauen ansonsten muss ich nämlich ehrlich sagen hätte ich wirklich sorge beim abreißen dass mir dann genau in dem moment wo ich das letzte panel hinstelle aber noch keinen schutz drum herum habe ein sturm kommt und mir die panele kaputt macht kennen wir ja bei dem schaden den die momentan nehmen in einem sturm bei den haben sie definitiv erhöht können sie mir erzählen was sie wollen aber das war früher aber doch nicht so da haben die zwei drei stürme ausgehalten jetzt sind hier schon nach einem sturm kaputt also leute wie gesagt wird eine längere folge wir räumen hier nur auf und bauen eventuell die solarpaneele auf hier wird sonst glaube ich nichts spannendes großartig passieren insofern könnt ihr gerne eventuell abschalten oder irgendwie sowas in die nächste folge springen wenn sie schon online ist aber ich werde hier nur abreißen ich finde das entspannt ganz ruhig alles abreißen zu wissen dass man das alles dann da drüben hat und alles schick wird hoffentlich man nicht alles fallen lässt das war der part wir nehmen auch gleich das alles mit wenn schon denn schon ich also auch das hier so die kleine hat zwei fabrik da unten weiß ich gar nicht wollen wir die stehen lassen also aktuell ist sie nicht wirklich notwendig natürlich nett wenn man was machen kann wenn man mal nichts hat aber wir haben noch ein bisschen davon also wir könnten uns damit zumindest einmal über wasser halten ich finde es jetzt nicht so sinnvoll die zu behalten vielleicht sagen wir es anders ich sehe da keinen großen sinn drin die zu behalten der mehrwert wird gering sein ja wir reißen sie ab können die woanders nochmal aufbauen wo sie auch mehr mehr sinn macht wo wir sie vielleicht sogar ein bisschen automatisieren können mit biomasse und so das wäre natürlich richtig gut mit biomasse und charcoal das zeug herstellen könnten ich weiß gar nicht ob das geht kann man das das viel mit charcoal herstellen könnt ihr es ja mal in die kommentare schreiben und ich glaube es wird auch einige folgen dauern bis das bis ich das machen werde also mit viel glück seht ihr diese folge und ich habe das noch nicht mal angefangen zu bauen hm das kann ich sogar hier oben hin packen dann ist das wieder aufgefüllt so jetzt die ganzen da da ist ja schon ein bisschen langweilig ne ganz stumpf alles hier abreißen und den ist ja ich würde sagen wir belassen es dabei dass ich die sonarpaläne da hinten aufbaue jetzt und danach mache ich den abriss hier allein es ist doch ein bisschen zu langweilig und nächsten karton aufmachen dann nehmen wir die raus und ja 1 2 3 4 5 ablegen 1 2 3 4 5 ablegen 1 2 3 4 5 so das kabel nehme ich noch mit oh die stromversorgung ist auch wichtig für da draußen ja genau das sollten wir ändern dass ich hier achso ne das ist sogar schon mal das ist eine vollkommen unnötige stromversorgung hier ja kann ich auch hier komplett einmal in gelb umwandeln da da drauf da drauf aber dann habe ich hier auch noch mal einen riesigen haufen kabel den ich mir snacken kann so einmal rüber dann holen wir uns das dach mit solar und das kommt auf grau grau habe ich hier noch nicht das heißt graue kabel müssen wir uns machen ich habe kein graus kabel so wir könnten da hinstellen und dann hier oder direkt dahinter oder ich weiß nicht wie viel will man da hinstellen ich kann auch direkt an den rand gehen so ganz nah geht auch mache ich auch dann brauche ich auf jeden fall zwei frei für kabel hier werden die nicht mehr so viel erzeugen deswegen lassen wir es hier mal weg wir machen hier erstmal einen cut oder ne wir probieren es erstmal mit mit den modulen wie ich es jetzt hier mache und wir schauen mal wie die bei tageslicht hier performen da ist schluss kann man da zwischen lang laufen ja ne schwierig aber geht schon irgendwie sorgen dass wir zwischen lang kommen dann brauchen wir ein kabel grau das müssen wir uns da mal abschneiden und dann färben wir hier mal so ein block ein und das legen wir hier so dran entlang kann das graue dann hier einmal so und die kurve so es geht einfach hier außen lang und holt die energie aus den solarmodulen so kann man sogar hier direkt auf anschließen hätte ich jetzt nicht mit gerechnet dass er uns das so einfach macht so dann hier ist auch der letzte das war es schon an den kerbeln ich da hatte hier anschließen auch hier so und hier und hier da ist mein akku leer einmal hier rüber dann hier hier und hier da 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 hier und hier so dann dann verbinden den spaß es wird knapp an den kabeln hier vielleicht müsst ihr den strang da hinten doch nochmal holen das wird schon ich glaube das kriegen wir hin noch ein bisschen weiß dazu so dann nur noch die verbindung schaffen hier zwischen und dann sind die fertig das wäre der erste part wir können mal gucken wie die performen in dieser position natürlich nur 36 38 also hier ist noch alles relativ gleich was müssen wir uns da wirklich angucken wenn es soweit ist gut für das erste würde ich jetzt mal sagen wir müssen rein und uns walls holen gleich erstmal baue ich hier walls drum herum auf gleich das gesamte areal hier genau in der mitte da will ich eine tür drin haben damit ich da auch mal reinkomme dieses kleine fleckchen hier nehme ich mit weil da kommt technik und sensor und so rein so und dann gibt es oben drauf auch noch walls und da müssen wir gleich aufpassen wie viel wir da noch brauchen kann jetzt so auf anhieb nicht wirklich schätzen das waren jetzt fünf eins zwei drei vier fünf sechs sieben also so um die 40 würde ich sagen die wir noch brauchen also fünf mal sieben kann ich schon rechnen also keine sorge kriege ich hin aber es war kein genau keine genaue abmessung die ich da jetzt gerade gemacht habe ich wollte nur ungefähr ein richtwert haben zumal ich die ecke dann nicht berücksichtigt habe und so weiter aber ich denke mit 40 kommen wir hin ich nehme ja eh immer ganze stacks mit also sprich zwei stacks jeweils 30 dann haben wir genug das hier waren ja auch schon 49 anscheinend insofern sollte das eigentlich ganz passabel sein so hier noch schön ist ja auch bei dem aufbau haben wir dann auch gleich das kabel hier versteckt finde ich auch sehr cool komm jetzt her hallo so gibt es ja wohl nicht wird er sich einfach nicht fertig machen lassen hier mal schön rundherum alles zumachen und aufpassen dass man sich nicht selbst hier irgendwie einmauert weil dann hat man ein riesiges problem das kann ich so mit einer monotonen stimme sagen ich weiß gerade ich weiß überhaupt nicht was ich erzählen soll das ist echt es wird die langweiligste folge überhaupt tut mir nicht leid so entweder habe ich zwei vergessen oder ich habe einfach zwei zwei glass sheets zu viel das kann ich jetzt irgendwie nicht sagen das kann ich jetzt irgendwie nicht sagen ich glaube ich habe alle schwierig wir gehen mal rein eine tür wir können die eine tür unten abreißen schon mal und dann hätten wir auch noch eine tür brauchen wir glaube ich iron sheets für die für diese manual hatch glaube ich die hier ich glaube das waren iron sheets nehmen wir gleich mit nicht eigentlich auch so was wir machen so hier sind die iron sheets sonst habe ich jetzt keine platten ich lass mal so aufeinander legen dann passt das so dann einmal das hier einmal das hier nochmal das hier nochmal das hier das kommt hier rüber das kann ich hier auf den boden werfen und dann brauchen wir wall zweimal nehmen wir mit Kabel brauchen wir natürlich ganz viel und noch was den Rest haben wir eigentlich dabei das Ding ist programmiert müssen nur noch anstecken und benennen benennen müssen wir da auch noch ich glaube dir 0 ist das so hier kommt eine hedge rein und die benötigt Byron sheets einsogern so dann einmal komplett zumachen bitte das ist natürlich jetzt auch die graue leitung die ist noch in keiner an keinem akku angeschlossen weil ich noch gar keinen akku habe wo die wo ich die hin leiten könnte das heißt die werde ich auf alle anderen verteilen müssen also wie gesagt 40 ne geschätzt 40 und es sind exakt 40 hier 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 da da dies das jenes alles schön zu machen alles schön zu machen so was das alles jetzt ja ich glaube schon müssen gleich nur genauso viele sheets übrig haben die wir mitgebracht haben das ist zumindest immer meine Taktik dann müsste es aufgegangen sein und dann müsste der Raum auch vernünftig verschlossen sein und ich habe nirgendwo was vergessen und wie zum beispiel den wo ich schon dachte den hätte ich ich habe mich jetzt völlig verirrt hier ich weiß gar nicht wo ich bin ok es fehlen noch drei stück da 1 2 irgendwo ist noch einer den ich nicht habe dann laufe ich einfach drüber irgendwo wird einer sein wo ich reinfalle den habe ich dann logischerweise vergessen da ist er so das zurückstecken und wir können die sensorik aufbauen die sensorik aufbauen machen wir mal so dann müssen wir das aussehen und dahin gehen da drauf und dann die ganze kabelage angeschließen hier müssen wir mal gucken ob wir damit und hier vielleicht runter gehen dass wir da drauf kommen mit auf die schleuse oder so oder ob wir hier hier vielleicht runter gehen können so aber jetzt erstmal kümmern wir uns darum dass wir hier die Solarmodule angeschlossen bekommen das ist ein bisschen dumm die mache ich hier gar nicht so dran sondern den hier so und hier den hier 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 gehe ich jetzt sogar noch mal weiter dass ich die auch hier hinsetze und hier und hier und hier weil ich muss irgendwo ja eine Verbindung schaffen hier und es gibt da nur zwei Punkte für wo ich es machen kann entweder gehe ich nach oben und ziehe es nach hinten hindurch oder aber ich ziehe die leitung jetzt komplett bis dahinten auf jeder seite und verbinde es dort so haben wir auf der einen seite die stromleitung also die hier und sollte die rote leitung also die steuerleitung weiß ich aber noch nicht das sollte mir jetzt vielleicht einfallen wie ich das machen möchte ich glaube ich gehe hier nach oben spare ich mir die meisten kabel mit am ende ist es vollkommen egal wie es da liegt das ist wahnsinn wie die kabel weggehen ist es ich unterschätze das immer also egal wie lange ich dieses spiel schon spiele ich unterschätze es massiv wie viel kabel und hohe und so weiter man braucht wo ich verbinde das bei eben zack 300 kabel weg das wäre verbunden da fehlt noch eins es muss noch hier angeschlossen werden und hier muss der tageslichtsensor dran und die müssen alle umbenannt werden und den quellcode müssen auch noch einmal checken dass der auch richtig ist weil wir gucken jetzt in diese richtung das heißt 180 grad und wir müssen uns einmal anschauen ob der sensor auf 180 grad gestellt ist also der da der war nämlich auf 0 gestellt also in die andere richtung so und die solarmodule die 0 ist klar das heißt auch zu 0 grad ausgerichtet mit dem dataport und das stimmt ja auch können wir jetzt hier noch mal gucken die powerport richtung wollen haben wir sie doch jetzt andersrum die paupers richtung 180 genau so also müssen wir sie jetzt benennen mit die 180 so und damit die funktionieren benötigen sie natürlich strom und den bekommen sie jetzt von drinnen ich weiß dass ich noch nicht alle benannt habe das ist auch völlig in ordnung jetzt erstmal geht es darum dass die strom bekommen so der kommt nämlich von hier und dann gehen wir wieder raus und geben in weiter namen und dann gucken wir einmal ob es funktioniert wenn es noch mal hell wird so die 180 in allen namen geben mann 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 die frage wie viel wir hier an solarmodulen eingebaut bekommen was können wir jetzt ja eigentlich ganz gut sehen wir können ja nämlich noch mal vier rein eins zwei drei vier fünf sechs sechs mal vier macht nach adam riese 24 plus drei stück macht 27 also kriegen wir noch 27 solarmodule hier rein ist ganz gut würde ich mal behaupten so und wenn es dann gleich mal hell wird dann können wir mal gucken was hier das system sagt und ob alles so funktioniert wie wir uns das vorstellen also jetzt gerade habe ich das gefühl der zeigt in die falsche richtung nie tut er gar nicht der wandert mit wenn man das richtig sieht und hinhört klack klack sie waren damit es wird schon wieder tag und die sonne ist jetzt hier hinter dem dicken planeten da deshalb ja ok gut weil sie mit wandert dann passt das da müssen wir jetzt mal eben abwarten wir wollen ja sehen was gleich an strom rauskommt also bin ich gleich wieder da so ich glaube die sonne taucht gleich auf zumindest im winkel der solarmodule wunderbar hier hinten haben wir 160 bei dem 199 bei dem 200 199 passt also hier sind jetzt auch 200 das heißt sie liefern alle knappe 200 watt so das sind 15 stück und 15 stück mal 200 watt macht gute 3 kw während der zeit wenn wir jetzt 27 hätten dann hätten wir 42 wenn das 8,4 kw ist nicht die welt aber ein bisschen watt also ich meine wir können durchaus so um die 20 kw stromverbrauch durchgehend haben das ist möglich gut ich werde mich jetzt weiter um die aufräumerei da hinten kümmern hier vielleicht auch ein bisschen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ich hoffe dass wir dann mehr machen dass wir uns hier rum kümmern hier um den ganzen kram ich bin hier jetzt mal stumpf und verbinde grau mit weiß machen so machen so und so so dann kriegen wir nämlich das ist doch gut kriegen wir die 4 kw nämlich auch da rein dann sind sie nicht weg ein bisschen doof ist hier noch dass jeder sich halt um einen akkuspeicher hier kümmert aber die akkus an sich nicht ja nicht leer genug gezogen werden also der hier wird dann einfach voll sein es wird aber der akku da benutzt und finde ich noch ein bisschen schade es müsste hier auf jeden fall noch irgendwie eine steuerung rein oder sowas da müssen wir uns beim nächsten mal drum kümmern ich verschwinde jetzt und sage tschüss tschüss